Also aufpassen. Hey, ich dachte, ihr wollt den dort reinlegen, wo der Akku ist. Geht nicht. Doch, warte. Ne, ich mein, das mit dem Akku geht nicht. Ach so. Und jetzt geht dein Feuerzeug nicht. Warte, 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 warte. Ey, jetzt kann es nicht sein. Ey, ernsthaft. Ey, ernsthaft, das ist wirklich leer. Ich sag, die Streichheit. Geil, werf mir das Feuerzeug drauf, das explodiert auch. Ey, das ist wirklich leer, ernsthaft. Wir alle sind verpasst. Oh, es geht. Oh, scheiße. Das stinkt schon. Achtung, es da... Eine, zwei Tasten sind weg. Jawohl. Jetzt weiter geht noch. Warte. Oh, egal. Die geht weg. Die Assis. So, ich dachte. Jetzt hat sie die Ohren zu. Oh. Jetzt lass ein paar Steine erst mal drauf. Nein, nein, er ist alle... Oh, schon besser, würde ich sagen. Lass einen Böller noch auf dem Ende aufnehmen. Bam, jetzt sind ein paar Tasten weggefällt. Guck mal. Ich hab noch drei. Okay, machen wir jetzt noch zwei. Ich will zwei auf einmal mal versuchen, ja? Ey, tu den weg. Lass mich schwarz dünken. Lass mich schwarz dünken. Ne, mach drauf. Da ist ja noch Pulver drin. Achso. Das sind doch noch lustiger. Oh. Ja, geh weg, Malte. Aber was? Lass da. Ey, jetzt geht's. Jawohl. War es noch einer? Beide. Jetzt, boom. Malte, geht hoch. Oh, oh, oh. Der ist auch noch gut, ey. Jetzt komm mit den Steinen, Jungs. Ey, aber der Bildschirm kriegt ja kaum was ab. Wieso haben wir das nicht in diese Akku-Ding gelegt? In diese Akku-Ding. Weil ich, das will ich nicht machen, wenn da im Akku noch Strom ist. Ich möchte gehen mal ein bisschen besser. Warte. Der David darf jetzt mal draufhauen. Ah. Warte. Moment. Alle müssen doch sehen, dass wir Steine werfen. Lass mal zusammenwerfen. Okay. Ja. Das war auch jetzt nicht. Moment, ich will auch noch einen holen. Nikolas, wer gut denn jetzt? Eins, zwei, drei. Mann! Wie geil. Geh mal, Chris. Ey, stopp, wir klappen den erst wieder hoch. Ey, ich bin an. Ich hab eben nicht... Ich klapp den hoch. Oh, ja. Tschüss. Bam! Ich klappe einer hoch wieder. Ey, machen wir... Malte, ich will den Ohr nicht fetzen. Ey, ich bin jetzt dran. Ich hab Geburtstag. Ich hab noch gar nicht. Ja, der Nico auch noch nicht. Oh, ho, 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 ho. Shit. Hau rein, Nico. Du darfst auch noch mal. Ey, jetzt will ich mal. Jetzt darfst du auf der Niko... Oh, hier, den Pettchen. Das ist hinten durchgebrochen. Eh, nicht. Jawohl. Michi, das war ein sauberer. Jetzt will ich. Werf, werf. Malte, ist auch nicht in die Mitte. Hau rein, Nico. Auf. Hey, es geht. Ey warte der ist aufgeschlittert, warte Ach du Scheiße Ich will auch noch... Oh! 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 Der hätte aber auch noch nicht geworfen, warte, die noch Hier Niko Warte, warte, warte Ich dachte, dass der Stein da durchfiegt Ja, Job! Jackpot! Ja normal Jetzt noch der letzte Bähler Warte, warte, okay In den Bildschirm Äh, Fail Achso, du hast noch ein Oh, oh, oh Der rutscht voll weg Du trägst den Ja, Mann, lass noch mal Ja, lass noch mal den Böller hin Ja, ey, du haust ihn auf den Boden Lass mal links, soll stören Ja, ey, hau mal den letzten Böller rein Hier den Böller rein Moment Lass mal Puh Leg den so rein Und dann zuklappen Wie geil Wie geil Das hat schon schön gesplittert Nein, nein, das qualmt noch Smoking Komm, mach auf Jetzt wissen wir, wie ein Laptop aussieht von unten Niko, du hast die... nein, nein, Niko hat die Ehre Niko hat die Ehre, hauen auf den Boden Hauen richtig kaputt auf den Boden Warte, Niko, warte Komm jetzt, hauen einfach weg Hau runter, Niko Hau runter, Niko Nein, noch nicht abmachen Hau richtig Ey, lass mal bitte Wolle machen Du kriegst den nicht mehr auf den Boden Nein, du kriegst den nicht mehr auf den Boden Halt mal so Ja, warte, chill hart Mit dem Fuß wäre besser Mach von der anderen Seite, oder? Oder meinte ich hier, würde ich spielen Alter, ich hab Angst Yeah Ey, ich will auch nochmal auf Kannst du wenig tanken? Ja, ein bisschen Jetzt irgendwas noch... Schatz Okay, langsam Ey, das ist Laufwerk draußen Ey, hören wir mal auf, wir müssen uns noch alles einsammeln Ja, scheißegal Na, töte mich Ah, ich wurde getroffen Ja